Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, wir haben jetzt beim Musiklern zuletzt Schluss gemacht und uns einmal alles aufgeladen. Ich wollte jetzt mal hier überall rumschwimmen und mal schauen. Okay, hier ist immer zu. Was ich vermute, ist, dass wir da auch nicht mehr gekommen. Den runtergehen will ich noch nicht, aber... Ja, hat er noch einen Kenner. Mal unten schauen, die haben ja eh genug Luft, die Donkeys. Okay, hier haben wir noch Kristalle. Und rote Bananen. Das sind mal eine Schatzkiste. Das mit den Bananen wird schon heavy hier unten. Das sind gelbe Bananen. Rote und gelb sind unten. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch Kristalle. So, mal hochtauchen. Ah, hier ist auch noch ein Stück Plattform. Was? Ah. Ah, Lüchen. Hallö, Schindl. Ja, natürlich. All Kongs, Armobelt, one. Pew. Alle Donkey Kongs haben einen Waffner-Date bekommen. Nein, das gefällt mir natürlich. Da müssen wir, glaube ich, hoch. So. Äh, ich bin nur drauf. Sollen wir da hinten, daheim eine Musik-Gänsel? Wo hat er denn? Hm, Diddy? Was hat er denn? Splat. Splat. Dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut-dut. Äh. Falsches. Nummer 4. Lass mich raten, Zeit. Ja. Okay. Wo ist Nummer 4? Hoffentlich jetzt auf der linken Seite. Ja, ein Eingang gefunden. Nice. Bisschen pornohaft, oder? Ah, ein Anglerfisch. Welche Ehre? Oder Herr? Weiß ich nicht. Eine Banane? Ist okay. Okay. Man kennt dieses Geräusch. Mit Bananen und allem bin ich einverstanden. Jetzt haben wir hier oben noch. Okay, da ist auch noch was. Ich checke noch alles ab hier. Können wir oben langschwimmen? Können wir nicht? Okay, super. Schauen wir noch mal alles am Rand entlang. Hier ist ein Büchlein. Jetzt schauen wir mal an die Decke noch. Ob wir noch in die zweite Etage können, ne? Und da unten können wir auch nicht rein, ne? Ne. Gut. Dann haben wir das mit Lenky auch schon hier geschafft. Also müssen wir jetzt jeden Abschnitt einmal durchgehen. Geht jetzt ein bisschen lange dauern, bis wir zum Entgegner kommen. Jetzt haben wir auch mal wieder ein schön fürs Level. Ähm. Haben wir Tiny Vetter, glaube ich auch, ne? Guck mal, dass wir gleich Tiny Kong machen. Und hepp. Fangen wir mit Tiny Vetter an. Weil die hat ja unter Wasser auch nicht. Ähm. Das heißt, was ist rotes und gelb. Oh man. Ist mir so klein. Splash. Yeah. Nummer 5. Scheint mir auf anderen Seite zu sein. Ah. Könnte hinkommen. Ich würde zu hoffen, dass es auf anderen Seite... Äh. Nicht wundern, dass das so ein bisschen rumflackert. Ähm. Nicht am Spiel, nicht am Emulator. Dass das so ist. Äh. Hier ist eins... Nein, es ist auf der anderen Seite. Mach nichts. Einmal so drehen. Zack, 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 zack. Da ist es. Kann man da räumen mit einem Schwung? Kann man nicht. Aber jetzt sind wir drinnen. Hm. Banane. Eine Banane. Zwei Banane. Ja, Leuchtefische... Ich hab eine Fee. Wir hören hier eine Fee drinnen. Ein... Ein Mensch oder ein Skelett, was da oben schwimmt. Können wir? Wir... Wir können. Direkt beim ersten Schnellversuch. Das ist schon mal gut. Oh, wir können es auch unter Wasser. Das ist... Äh, erleichtert. Oh, wir können bis 100 Dinger. Oh, das ist natürlich nett. Na gut, die Jungs haben halt ein bisschen zu viel Wasser getrunken jetzt. Oha. Okay, wir haben unsere zweite Banane auch schon mal hier. Oh, Herr... Herr Stern. Scheint nicht begeistert von uns zu sein. Oh, Herr Seestern. Herr Seestern einfach da bleiben. Okay. Ich geh ja schon. Okay. Aber wie viele Bananen bauen wir denn wohl hier? Also maximal können wir ja 500 machen. In einem Level. Hm. Was machen wir? Ah, was... Hab ich keine Ahnung. Okay, sowas, was... Sache, die Dachy ist. Äh... Keine Ahnung. Ähm... Hier vorne können wir mit Rot schon mal tauchen. Das heißt, wenn wir nachher fertig sind mit Rot... War ja auch da. Ähm... Und ein Bananen. Hä? Warte mal... Ist das auch noch so ein Ding? Ne. Okay. Bom... Bom 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 bom. Yeah... Hm, wir haben open! Ah ne, wir haben drei. Dreis ist... Okay, das weiß ich, ob das ist. Das habe ich schon gesehen. Also mal schnell drehen... Ich kann nicht drauf achten, ob wir das mit dem Im-Bild auch haben, also gucken wir nicht, ich muss halt so parallel schauen, na, jetzt haben wir, jetzt wenn ich das haben will, Na ja, haben wir auf jeden Fall ein Bild, auch okay, ähm, dachte, das ist ja jetzt nur so immer beim Emulator rein, aber na ja, kann ich nix, ich sag, das Spiel ist nicht auf dem Emulator hundertprozentig da, oh, Bananen, wir dürfen uns keine Banane gehen lassen und Seestern, Münzken, Banane, ey, kann ich hier, nicht frech werden, okay, ja, Seestern, schwimmen wir mal, schnell alles ab, deshalb fixst du die ganzen alten Bananen, hier kriegen, okay, mit dem kriegen wir wieder so ein Level und müssen, können uns nicht die Banane einfach so holen, schade Scheiße, glaube ich war nur noch nicht Ich muss ja aber den anderen Wanky Kong noch nicht... Ach, wie heißt der denn? Dass wir den noch nicht haben, aber hier schon angezeigt wird. Wie sieht der nachher aus, aber ist noch ein geiler. Geiler Spielcharakter. Einmal, dass wir einen von uns abgeschossen haben, aber... Na ja, macht ja nichts. Wir haben auch definitiv unsere Banane, es war verdient. Donkey Kong! Schau mal schnell an der anderen Seite noch. Hallo? Ah... Was ist denn noch runter? Ich kann nicht wieder schnell um die Kurve, damit ich hier rauskomme. Ich mag diese... Es ist, wenn es von der Kamera ein bisschen besser wäre, wird man auch, glaube ich, ein bisschen besser schwimmen können, sag ich mal so. Aber so... Ist das schon ein bisschen nervig. Schau mal eben... Ähm... Ich meine... ... 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